V4 Vendetta Beats Production Jetzt heißt es TMK gegen Netzes Wie Nagel, denn Ragnis ist nicht zu übertreffen Denn du bist eine kleine Trap-Bitch Das ist der Typ, der die viel siebigen Reime kippt Ich muss nicht googeln, um zu wissen, dass du ein Niedel bist Du spielst Wörter aus, als hättest du ein Schwunzel-Muss Deine geile Schampe wird angespritzt und angesputt Ey, du rappst, als wärst du ein neuer Praktikant Und mein Rap geht über die Grenze, wie ein Nazi-Land Rap-Person, Racker-Flow, der Beat ist lauter als du Ach, ist auch besser so, du kleine Missgeburt, du kleine Fix-Person Mein kleiner Bruder kann sogar besser abmischen, du Hurensohn Und was willst du, willst weckeln? Wacker Beat, wacketexte, du bietest eine gute Angeschläge Du gehörst hier nicht rein, was denkst du, wer du bist? Ich bin der, der dich fickt, du hast kein Gesicht Ich kann von unten nach oben, herab von dem Boden Doch langsam bist du abgehoben Du Schwanzgesicht, du wirst angefixt Jetzt wird gezeigt, dass du ein Niemand bist Jetzt kommt das Biest, ja, du bist ein Niemand Bläst bei Discord für ein Feature Wer bist du? Sag, wer bist du? Sag, wer bist du? Jetzt kommt das Biest, ja, du bist ein Niemand Bläst bei Discord für ein Feature Wer bist du? Wer bist du? Sag, wer bist du? Und bitte kauf dir ein neues Mic Meine Ohren weinen von dem schlechten Scheiß Möchte gern RBA-Battle-Rapper Sei, wo du willst Aber ich bin besser Es ist du kleiner Pisser Kannst nicht betteln Du bist hier nur wegen deinem Optizettel Nimm Tabletten, ja schluck sie Schäm dich, dass du Cooligas Fanpost in den Schmutz ziehst Wir legen mit den Punkten im Unterschied Das ist auch der Grund, wieso du bald unten liegst Weil ich dich runterziehe Ein Sieg für dich wäre unverdient Jeder weiß, dass mich die Menschheit liebt Jetzt ist das angesprochene Feature Steck dir das sonst wohin Du kriegst gar nichts, außer bestialisch Schläge gegen deinen Kinn Der Boss in den Flow Ficke deine Mutter ebenso Ich kann von unten nach oben Herab von den Boden Doch langsam bist du abgehoben Du Schwanzgesicht, du wirst angewixt Jetzt wird gezeigt, dass du ein Niemand bist Ey, jetzt kommt das Biest, ja Du bist ein Niemand Bläst bei Discord für ein Feature Wer bist du? Ey, wer bist du? Sag, wer bist du? Ey, jetzt kommt das Biest, ja Du bist ein Niemand Bläst bei Discord für ein Feature Wer bist du? Sag, wer bist du? Ey, wer bist du? Was sagt. Ey. Ja Bis dann toi Nein. So wie sagte, du bist du? Weißt du ist ein Niemand Deine 측